Egal ob 50 Grad am Asphalt oder 50 Grad Minus in der Luft, egal ob Trogengewitter oder Eisregen, unter diesen Bedingungen benötigen Flugzeuge Materialien, die kompromisslos performen. Und genau das ist die Domäne der Aerospace-Unternehmen der Föstalpine. Die Flugzeugindustrie ist ein Wachstumsmarkt. Hersteller stehen vor der Herausforderung, die Luftfahrt effizienter und noch sicherer zu machen. Wir von der Föstalpine unterstützen Sie mit unserer Expertise, von der Entwicklung bis zur Herstellung des fertigen Bauteils. Damit sind wir bereits heute strategischer Partner der größten Flugzeugproduzenten dieser Welt. Alles beginnt mit der Konzeption. Mit unserem Werkstoff-Know-how begleiten wir unsere Kunden beim Design und bei der Auswahl des richtigen Materials. Wir sind bekannt für unser Portfolio an anspruchsvollen Legierungen, Walz- und Schmiedeprodukten, die für ihren bestimmten Einsatz im Flugzeug die optimalen Eigenschaften sicherstellen. Die Herstellungsprozesse der Föstalpine und unserer Tochtergesellschaften werden laufend an die steigenden Anforderungen der Branche angepasst und optimiert. Denn nur so stellen wir sicher, dass wir mit der Erfahrung von heute, auch in Zukunft, die Fortschritte der Luftfahrtindustrie mitgestalten werden. Ein weiterer Schritt in unserer Wertschöpfungskette ist die Nachbearbeitung. Durch Verfahren wie Schleifen, Wärmebehandlung, CNC-Bearbeitung oder Beschichtung erhalten unsere Produkte erst die Geometrie und die Eigenschaften, die sie für den Einsatz im Flugzeug benötigen. Abschließend führen wir alle erforderlichen Tests durch, die die kompromisslosen Qualitätsmerkmale bestätigen müssen. Dadurch erhalten die Produkte und Verfahren der Föstalpine sämtliche Zertifikate und Zulassungen, die sie für die Nutzung in der Luftfahrt legitimieren. Danach wird geliefert, egal ob ab Lager oder direkt. Unser globales Vertriebs- und Servicenetzwerk garantiert, dass qualifizierte Materialien und Teile dort verfügbar sind, wo unsere Kunden sie benötigen. Es ist die Summe der Angebote unter einem Dach, die die Föstalpine mit ihren Tochtergesellschaften zu einem One-Stop-Shop für Flugzeughersteller macht. Es sind die Investitionen in neue Technologien und Verbesserungen bestehender Anlagen, die unsere Rate-Readyness sichern. Es ist die langfristige Unterstützung unserer Kunden bei ihrem Wachstum, die uns zu deren Partner macht. We are ready to partner, your perfect take-off. Föstalpine One Step A Hand 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 One Step A Hand